Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Flucht der Rübeck. Ja, ich bin gerade hier im Hafen gestartet und sehe hier schon, dass ich jemanden erwerben kann. Wie teuer ist er? 5000. Captain Bellamy. Nein, ich habe Nein gesagt. Ich wollte mir nicht. Ich wollte ja das Geld sparen. So, und jetzt gucken wir mal, wie heißt der Film? Seht man das jetzt schon? Am Ende der Welt! Genau so hieß der Teil. Am Ende der Welt. Und da wollen wir jetzt hin. Ach nie, Davy Jones Reich. Da muss ich auch sagen, das habe ich noch nicht ganz kapiert. Davy Jones Reich. Jackie wurde von der Krake gefressen, ist dann in Davy Jones Reich rein teleportiert worden. Und die Krake ist verreckt und lag da ja am Strand rum. Ah, das ist... Brain, fuck. Also den Part habe ich nicht so kapiert. Muss man sich, glaube ich, einfach nochmal hintereinander alle Filme angucken. Also auf jeden Fall zwei und drei hintereinander. Und dann versteht man es vielleicht auch. Aber jetzt halte ich das Maul. Bis ans Ende der Welt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Und wen kann ich spielen? Jackie und Jackie. Und jetzt nehmen wir mal den Nacken, Jackie. Hat der im Film auch? Was? Er kann es nicht. Was kann nur er? Okay. Hat Jackie hier wie er der Typ hier auch so ein Tattoo auf dem Bauch? I don't know. So. Ja komm, sammeln wir jetzt mal das. Schritt, 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 Schritt. Schritt und Schritt und Schritt und Schritt und Schritt und Schritt und. Ich geh mal da längs. Alter. Schnell die Punkte sammeln. Ah, verdammt. Ja, sammeln wir das wieder. Weil selbst am Ende der Welt möchte ich ein wahrer Pirat werden. Das ist ja wohl klar. Und ich hab eine Oase geschaffen. Und einen neuen Jackie. Cool. Und die Oase mach ich auch sofort wieder kaputt. Haut ab, du Kacken. Außer die Palme hier. Da kann man noch hoch und... Yay! Geschafft. So, und jetzt kann ich wieder alles kaputt haben. Weg ihr Blumen! Haut doch ab! Ich mach euch alle kaputt! Und das zack, zack! Was will denn eine Quietsche, Ente, Alter? Jackie, was stimmt mit dir nicht? Hm? Kann ich das hier nicht kaputt machen? Nee. Aber das hier. Und das hier. Und das und dies und dies und jenes. Ich sollte Gärtner werden. Jackie, das... Das wäre dein Traumberuf. Würdest du jeden Busch null Komma nix kürzen. So. So, so, so. Ah, die gelben. Das sind die wichtigen. Da ganz hinten sind das die... Ja, das sind alles die Krabben. Cool. So. Lalalalalalalala. Und wieder... Oh. Und wieder zurück. Ach, oder soll man hier unter Wasser sein? Kann das auch sein? Weil man hier... Da sieht man ja, wie sich alles so... Spiegelt. Das Licht reflektiert. Oder... Soll das Hitze darstellen? Na, ich weiß auch nicht. Also, wer diese Stelle bei dem Film kapiert hat... Der soll sich bei mir melden. Nee, ich habe es nicht kapiert. Oh. Oh. Hier sind auch nochmal ganz viele Punkte. So. Kaputt, kaputt, kaputt. Den auch. Jackie und ein Stein. Und der Stein ist kaputt. Oh. Opsa. Ich will da wieder hoch. Das kann ich bestimmt nur als Frauen, ne? Na ihr Krabben? Hau ab, hau ab. So, ich sammle mir da hinten wieder die Punkte ein. So. Huiiii. Da bin ich schon wieder. Ist hier hinter vielleicht auch noch einer? Oh. Ja, habe ich erwischt. Hinter dem Schiff vielleicht auch noch? Ganz sicher? Keiner? Das glaube ich irgendwie nicht. Da sieht man doch einen Schatten. Ach, das ist vom Schiff der Schatten. So. Bock. Du hast keinen Bock, ne? Ja. Wow, eine Schatztruhe. Was mag da nur drin sein? Ja, natürlich. Dafür brauchen wir eine Schaufel. Ah, den will ich auch noch haben. So. Ja, äh, so. Zack. Wow, die heilige lila ne Blume. So. So, hausen wir sie mal ab. Äh. Geh ab, du Blume. Geh doch. Hau ab, du nackter Jacky. Pass mich ja nicht an, du. Kann ich die Krabbe nehmen? Ach ja, genau. Er hat einen geworfen, aus denen wurden dann zwei. Hehe. Cool. So. Bevor ich irgendwas anderes mache, sammle ich hier erstmal, ja, mit dem Kompass alles ein. Hopp, 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 hopp. Ah, ne Quietcherente. Ah. Süß. So, und bevor ich die mir schnappe, geh ich erstmal hier hin. Und sammle die Erdnuss. Die einzig wahre Erdnuss. Na komm, Erdnuss, na komm. Da ist sie. Und dafür brauche ich auch ne Schaufel, das kann ich euch jetzt schon sagen. Dann werden wir uns als erstes jetzt mal die Quietcherente nehmen. Quietcherente, Quietcherente. Komm her. Mit dir bat ich am liebsten. Und bringen sie dem anderen Jacky hier. Nein. Quietcherente. Quietcherente. Wui, uu. Verdammt. Immer diese unnötigen Wege. Und jetzt wieder zurück. Hier. Quietcherente. Nimm sie, ich will sie nicht wieder werfen. Ach, ich kacke jetzt auf diese doofe Ente. Mann. So, nehmen wir uns erst die Blume. Warum? Ich will die doch nicht werfen. Bescheuerter. Gut, machst du das jetzt. Du kriegst das besser an. So. Gehst jetzt da hin. Und gibst jetzt dem... Ja, natürlich. Das geht alles nur mit nacktem Oberkörper. Habe ich mir doch schon gesagt. So. Jetzt ziehen wir hier mal... Komm schon. Achso. Das geht nicht. Weil wegen den Überresten da. Achso. Gut, gut. Wo ist die... Ach, jetzt bin ich an Quietcherente vorbeige... Quietcherente? Quietcherente? Quietcherente jetzt. Ach, nö. Tu dein Schwert zurück. Oh, Mann. Hier, Quietcherente. Ich habe keine Quietcherente. Er hat auch keine Quietcherente. Oh, nein. Wehe, das ist jetzt sowas wie mit dem Hammer. Dann ist das ein... Ziemlich bescheuerter Bug. Oh, guck mal. Er kann schießen. Dann erledigen wir das hier vorher erstmal. Ich hoffe, die Quietcherente ist nicht relevant. Hoppa. Nein, da wollte ich eh runter. Jetzt aber hoch da. Jetzt aber hoch da. Upsa. Und für ihn brauchen wir eine Erdnuss. Und dafür brauchen wir eine Schaufel. Und die Schaufel hat bestimmt... Er hier. Auf dem Rücken! Und dafür brauche ich natürlich die Quietcherente. Goddammit! Okay. Er hat die Quietcherente. Ich habe keine... Ich drücke jetzt jede verfluchte Taste. Hier, da. Mann, ich haue hier alles kurz und klein. Wenn das nicht funktioniert jetzt... Muss ich das nochmal spielen. Ente, komm! Ente! Enton! Captain Jack Sparrow, das ist eingebildeter je Verdammt Ah, gut Kinder Ich beende mal eben den Part und versuche es dann nochmal hinzubekommen Bis dann, tschü